Es gibt wieder Zinsen. Nachdem die Banken bisher 0,3% gezahlt haben, wenn wir zwei große Direktbanken betrachten, gibt es nun 0,6% ab März. Sie können das hier sehen, die Daten von der Webseite der ING, ehemals D-Bar, 0,6% per anno auf dem Extrakonto. Und auch bei der Konsorsbank hier auf der rechten Seite dargestellt, sehen wir, dass die Zinsen auf 0,6% steigen. Und der eine oder andere sogenannte Neo-Broker liegt ja sogar bei 2, respektive 2,3%. Was nun? Sollen wir nun ständig ein neues Tagesgeldkonto eröffnen, immer wieder von Bank zu Bank springen, dieses Tagesgeldhopping? Oder sind das nicht verschwendete Mühen und wir können uns das Ganze anders strukturieren? Zunächst natürlich nochmal die Frage, sind diese Zinsen überhaupt attraktiv? Und ich habe Ihnen dann hier nochmal die Rendite mitgebracht von deutschen Staatsanleihen. Als Beispiel, wir sehen hier, für die 3-monatige Laufzeit sind wir annualisiert bei 2,6%, für 6 Monate bei 2,9% und die wichtige Einjahreskondition liegt oberhalb von 3%. Das heißt, wir können diese Zinsen, respektive Renditen nutzen, um bei der ausfallsicheren Staatsanleihe zu schauen, was könnte das als Basis bedeuten. Inwieweit bekommen wir vielleicht bei Geldmarktfonds, die eine Kombination aus verschiedenen kurzfristigen Anlagen fahren, angesprechende Renditen. Wo haben wir vielleicht die Möglichkeit, wenn wir das Ganze noch etwas öffnen, uns nicht auf Staatsanleihen fokussieren, sondern beispielsweise Unternehmensanleihen mit Investmentgrade Rating, kurzer Laufzeit, welche Renditen gibt es da? Und man bekommt das aktuell wieder vernünftig bezahlt, hier die Zeit zu investieren. Das Ganze bequem in einem Portfolio. Dann muss man auch nicht immer der neuesten Tagesgeldkondition hinterherlaufen und kann auch zudem auch sein Emittentenrisiko gut strukturieren. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man sollte keinesfalls nur auf die Höhe von Zinsen und Renditen schauen, sondern sich wichtige Fragestellungen zu Herzen nehmen, wie beispielsweise, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Gegenparteienrisiko und Bonität aus? Sie wissen, Einlagen bei der Bank sind ein Kredit an die Bank. Die Einlagensicherung greift hier. Wenn wir Anleihen kaufen, gibt es keine Einlagensicherung. Also die Aspekte gilt es zu beachten. Aber auch, wie stark kann etwas schwanken? Da sehen wir speziell am Beispiel des letzten Jahres die Varianz der Schwankungsbreite. Die war von fast 0, wenn wir kurzfristig Verzinste oder Variabelverzinste Anleihen vergleichen mit beispielsweise 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Da sehen wir erhebliche Unterschiede. Die einen, naja, mal 1-2% geschwankt, die anderen eher zweistellig. Dann natürlich noch der Punkt auf der Anlegerseite. Welchen Anlagehorizont habe ich eigentlich für Teilbestände meines Geldes? Und wann ist wirklich welcher Liquiditätsbedarf vorhanden? Auch diese Fragen machen nun wieder Sinn. Und wenn ich diese Fragen abgeleitet habe, dann kann ich mir die Frage beantworten für meinen Bedarf, für meine Ansprüche, für die Charakteristika, die ich haben möchte. Welche Renditen kann ich denn erwarten? Und auf dieser Basis kann man dann entsprechend die relevanten Produkte auch auswählen. Also, zusammengefasst, die Zinsmarge sollte man nicht bei der Bank liegen lassen. Insbesondere, wenn die Summen etwas größer werden, macht es durchaus Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In vielen Fällen kann beispielsweise eine Kombination aus einzelnen Anleihen, vielleicht Staatsanleihen oder quasi staatlichen Anleihen mit Anleihen, die Bonitätsrisiken haben, verpackt über einen ETF oder einen Indexfonds eine gute Kombination sein, um die Rücklage, die jetzt nicht die nächsten Monate benötigt wird, hier sinnvoll zu strukturieren. Weil wir haben eben gesehen, auf Basis der Zinsstrukturkurven können wir uns hier überlegen, welche Renditen sind realistisch und können uns dann die gewünschten Anlagen zusammenstellen. Das Ganze natürlich bequem in einem Wertpapierdepot, ohne jedes Mal einen großen Akt zu haben, wenn die nächste Bank mal wieder mit einem Lockangebot um die Ecke kommt. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.